Bezüglich mit dem Mountainbike auf den Straßen, also eigentlich ist das Mountainbike ein Sportgerät, hat deshalb nicht die ganze Ausstattung, die eigentlich ein Straßenrad erfordert, mit Licht, Klinge und so weiter. Aber meines Wissens ist es ein Sportgerät, man darf es natürlich auf den Straßen verwenden, man muss sich natürlich an die Straßenverkehrsordnung halten und einfach wirklich schauen, wenn es dann dunkel wird, wenn man wirklich kein Licht hat, bitte nicht mehr im Dunkeln fahren, sondern vielleicht eine Stirnlampe aufsetzen, wenn es unbedingt nötig ist, das Rad markieren mit Reflektoren vielleicht, wenn es wirklich öfters vorkommt, dass man im Dunkeln mit dem Mountainbike fährt, das heißt, sich an die Straßenverkehrsordnung halten, auf Fußgänger aufpassen, wenn man, so wie die meisten Mountainbiker, keine Klingel oben hat, sich irgendwie aufmerksam machen, wenn man von hinten kommt und nicht einfach vorbeirauschen und die vielleicht auch noch umfahren. Also wirklich einfach auf die Fußgänger und die Wanderer auch aufpassen und da rücksichtsvoll sein.